Aha! So, das war das Erste. War das Aha-gut? Toller Schnitt! Soll das so sein wie Jack Sparrow? Die Kamera läuft. Wo stehst du? Na, Martin, du darfst da nicht stehen. Als ich klein war, konnte ich da noch durch. Geil, ist das denn nicht so. Du hast das original! Als ich klein war, konnte ich da noch durch. Danke! Wieso? Das ist so okay! Das ist so absolut ähnlich! Guck mal! Alles gut! Das ist so schön! Ja, danke! Hahaha! Das ist so schön! Ja, das ist so schön! Das ist so schön! Oder ist es so schön! Das ist so schön! Musik Also ich finde die Theobranche, mein Gedicht ist super. Und du? Das ist auch scheiße. Ich bin mal ein bisschen lieber. Also ich finde die Theobranche richtig super. Und du? Das passt nicht. Besser kann ich sein. Wenn ihr euch jetzt sagt, hä, was war das denn? Dann habt ihr vielleicht das Video noch nicht gesehen. Und das ist nämlich das eigentliche Video. Ihr habt übrigens nur die kleinen Sachen zu sagen. Die lustigsten, die auch mit dem passiert sind. Wenn ihr nur lustige Sachen wollt, dann guckt ihr einfach da weiter. Karten und Warten, die ich auch gebrauche. Und ansonsten, wenn ihr uns noch was loswerden wollt, da gibt es Kommentare. Es gibt diese Dinger hier. Die Daumen, die freuen wir uns. Also bis jetzt. Ciao.